Joel! Hm. Okay, war das ein Schuss? Was war das denn? Okay, wir müssen schnell zu ihm. Die Wunde zunähen. Hm. Okay. Oktopus. Hm. Interessant. Hm. Okay. Okay. Hier könnten wir weitergehen. Oktopus Records. Was haben wir hier? No Entry. Okay, gehen wir rein. Was haben wir hier? Oh. Hm. Wer bist du? Mannschaftsfoto. Okay. Okay. Ich würde den allen coolen Captain auf ein weiteres tolles, ja, alles Gute zum Geburtstag. Larry Zern, Elias. Hm. Okay. Oh, Mann. Tja, das Team wurde vernichtet. Hm. Tja, und ich glaube, sie war die letzte Überlebende. Und musste die anderen erschießen und so weiter. Alles miterleben. Oh, Mann. Wunderschön. Oh, Mose. Schon wieder die hier. Ja, scheiße. Je schneller wir sie finden, desto schneller wir hier rauskommen. Sicher, dass diese Umgebung klar ist. Ja toll. Ich gehe hier hin. Geh schaue nach hinten. Schon wieder die scheiß Hunters. Die uns irgendwie ständig auf dem Fersen sind. Wie auch immer die uns... Hm. Lass mich mal sehen. Shit. Wir sind tot. Kommt einfach an. Geh. Toll. Die scheiß Hunters, ich hasse die. Hm. Machen wir dann ein bisschen Hunters. Na warte. Wir machen das jetzt Hunters. Nase juckt. Warum geht der jetzt da lang? Hm. Hm. Ok. Hm. Hm. Na schön. Hm. Ich weiß es nix. Toll. Hm. Das sind nix. Aber Warnsuchen, die gerade hier, warum? Ach, diese Scheißtypen sind echt überall. Los, komm her. Komm, schau. So. Schön. Hey, talk to me. Hier ist niemand. Der Typ ist tot. König ist da lang, schön. So. Er ist tot. Tschüss. Ich glaube, er ist jetzt auch tot. Blöder Sack. Gut. Das war Nummer zwei. Von diesen Arschgeigen. Okay. Hm. Cool. Leider kann ich jetzt halt so mitnehmen. All das hier. Bestsellers. Oh Mann. Wie cool. Was haben wir denn hier? So, der andere Typ. Der ist irgendwo ganz da hinten. Okay, gut. Wir haben Zeit, das anzuschauen. Was haben wir denn hier? Hm. Erkennt man da was? Fun. Okay. Hm. Was sind denn das? DVDs? Ach so, okay. Gut. Hm. Ja, schön. Okay. Okay. Hm. Noch einer. Du bist da vorne. Okay. Ah, schön. Okay. Hm. Kommst du hierher? Komm mit du hierher. Du kommst nie her. Wat? So, nimm das. Was soll das? Nicht so über ertriebene Blutfleck. Was soll das denn? Ich komme, um dich zu holen, Joel. Wenn diese Leute kämpfen wollen, dann werde ich ihnen einen verdammt geben. Ah, diese Arschgeigen. Ich komme zu ihm, stich ihn auf und dann werde ich den verdammt rauskommen. Hm. Was machen wir? Diese Scheißtypen. Ha. So. Okay. Gehen wir schnell dahin. So. Aber da bleibt noch die Frage. Wie kommen die später zum Dorf? Aber gut, da sehen wir dann wahrscheinlich gleich bald. Okay. Da ist Blut. Was ist denn hier passiert? Wer wurde hier entlanggeschleift? Hm. So. Noch ein Soldat. So. So. Das müsste Alice sein. Äh, Alice. So. So heißt der. Oh. Oh. So. So fucking freezing in here. God. I'm the best surviving member of my crew. Then I'm gonna die in an air duct. Hey, Kevin. What did you expect me to do? What did you expect me to do? I was bitten and it was only a matter of time before she killed me. Even though I wasn't infected, she said she wasn't going to, but I could see through her eyes. Why else would she reach for her gun? Why the fuck did she reach for her gun? I was just talking to her. If she wasn't lying, I wouldn't have to hit her. She would have shot me. I'm sure of it. Then why'd she keep you alive all this time, Alice? Huh? It doesn't matter. I shot her. I ran away. I fought and escaped those fucking things. And in the process... The suture's on my goddamn stump ripped open. I'm bleeding to death. And I can't sew it back up. Not with one arm. I can't make the fucking knot. It's so cold. I think I'll just rest. Hm. A traugesende. Eines ganzen Teams. Oh, man. Hm. Aber interessant. Dass sie das auch noch so eingebaut haben. Hier ist niemand drin. Nö, nö. Einfach so nebenbei eingebaut haben. Okay. Psst. Ich höre infecte. So. So. Wacht mal auf. Das sind ein paar Typen, die was wollen. Schnappt sie euch. Hehehe. So. Macht sie platt. Schön. Hehehe. Schön. Kannst du noch ein paar platt machen, bitte? Massiv platt. Ein paar davon. Hm. Tja. Nimm das. Nice. Ist nur noch der übrig. Hm. Das war schön erledigt. Was weniger. Jetzt mit Faschen. So. Hm. Toll. Das wäre jetzt weniger toll. Ja, hier nicht, aber... 10.000 Warten noch woanders. Ernsthaft, wie viele Typen haben die? Das sind das so um die 300 insgesamt. Wie viele wir schon erledigt haben. Seit wir mit dem Auto unterwegs sind. Diese ganzen Typen in der Stadt. Dann, äh... Äh, wenig später beim Hinterhalt mit Sam und Henry. Diese ganzen Typen. Äh, was war dann? Vielleicht die bei Tommy. Das könnten auch die gewesen sein. Die angegriffen haben. Tja, und dann das in der Universität. Und das alles danach. Das sind dann über 300 Leute. Hm. Die, 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 die... Ja, ja. So viel. Oh, da im Fall haben wir. Schön. Ah, noch mehr. Gut. Nicht alles umsonst, äh... Verschossen. So. Ich weiß, man kann auch richtig, äh... Verschießen. Was jetzt, äh... Ganz toll ist. Nicht verfügbar, genau. So. Deutsche Sprache nicht verfügbar. Error. Hm. So. Egal. Er braucht das schon. Basketball. Hockey. Sand. Hm. Hier ist nix mehr. Okay. Ja, Schnauze. So. Okay. Sind da noch mehr. Hm. Okay. Aber interessant. Die hat Eli auch alle erledigt. Ganz im Hintergrund. Hm. Hö. So close. I need a way around. Hm. Einen Weg herum. Es ist ein Zufall, dass direkt hier ein Weg ist. Und alles hat schon schön... Schön... So zugebaut, dass man da hinkommt. Ja, ich weiß, ich stelle das oft in Frage, aber... Tja. Muss. So. Okay. Und jetzt kommen wieder Typen. Hm. Jetzt kommen wieder Typen. Oder Zombies. Zombies, okay. Hm. Ich gehe die Journalen in diese Richtung. Das heisst, die sollten mich eigentlich nicht sehen. Ich könnte die umgehen. Okay. Was war das denn? Hm. Jetzt geht das wieder los. Okay. Wo ist die Flasche? Wer? Wir wissen, sie sind hier. Wir haben hier umgekehrt. Wir haben hier umgekehrt. Wir haben hier. Hm. So. Infizierte Komtheor. Meine Armee. Das sind Feinde. Genau. Interessant. So. Hm. Alle tot. Na toll. Geh da drüben hin, bitte. So, schön in den Arsch. So, vorsichtig. Wo sind die anderen? Okay. Der sieht den nicht. Oh, das ist ihm scheißegal. Hm. Okay. So, nimm das. Schön. Danke für den Pfeil. Das ist aber nett. Ich will mal, bis du hier ziehen. Stehst du immer noch da rum? Ah, ja. Schön. Das waren die. Ja, nice. Hat man nicht gesehen, gut. Dachte schon, das war's. So. Bist du festgefroren? Warte, ich helfe dir. Tschüss. He, he, he. He, he, he. Okay. Jetzt ist es. Ja, schön. Hm. Oh, voll ins Ohr. Ach, du Scheiße. Oh, lass mir dir mich nicht vorstellen, dieser Schmerz. So. Hm. Ja, schön. He, he, he. Schön aufgeräumt. So. Na. Ist kaputt. Schade. Hm. Okay. Haben wir hier was. Schublade. Ah, gut. Schön. Okay. Na dann. Was haben wir denn? Okay, dann geht's rauf. Was haben wir dort? Dort drüben? Moment. So. Gut. Hm. Oh, nimm mit. Nimm mit. Das kannst du zu Tommy mitbringen. Das war schön. So. Hm. Hm. Okay. Ah, ne. Das brauchen wir nicht. Dann doch lieber eine Nagelbombe. Hm. Schöner Fernseher hier. Interessant. Was haben wir hier? Gar nix. Und hier. Ja. Hm. Toll. Da fehlt noch ein Viertel. So. Okay. Gut. Hm. Haben wir da noch was? Haben wir? Nö. Ich glaube, das haben wir, oder? Ja, das haben wir. Okay. Okay. Du, 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 du. Na schön. So. Okay, wie viele sind noch hier? Das waren jetzt auch schon wieder um die zehn Leute. Hm. Oh. Okay. Ciao. Hm. Bikon Portrait. Schön. Ein Portraitladen. Interessant. Ah. Jetzt. Schön. So. Wir sind bereit. Hm. Hm. Okay. Äh. Hm. Was denn jetzt? Okay. Hm. Mett. Hier ist nix. Achso. Achso. Okay, Hulk-Modus. Und ich hoffe, das sind keine Gegner. Immer zu sehen. Okay. Cooler Statue. Okay, wir sind hier. Wieder. Wir sind da was Neues. Wenn wir so einmal schießen. Ist da etwas? Nix, okay. Gut. Wäre ein schönes Sekret gewesen, aber nee. Okay, wer hat die erledigt? Also, war wahrscheinlich dieser eine Typ mit dem Bogen, den wir schon erledigt haben. Shit. Verdammt. Nicht gut. Schnell, schnell. Da kommen ein paar Typen hoch. Hm. Ja, ja, aber da sind ein paar Typen. Drei Leute, okay. Da kommt noch einer hoch. Na toll. Shit. So, schnell erledigen. Shit. Ja, genau. Ist nicht gut. Verdammt. Hm. Shit. Nicht gut. Hm. Hä? What the fuck? Du Dreckstack. Verdammt oder da? Verdammt oder da? Shit. Unten ist einer. Okay. Na gut, wenigstens sind die jetzt abgelenkt. Und machen das Ding nicht auf. Okay, du willst hier hochgehen. Komm nur her. Hm. Okay. Lebt's noch. No. Shit. Dammt Arsch. Shit. Shit. Shit, shit, shit. Oh oh. Okay, ich glaube, da sind noch zwei oder drei. Shit. Jetzt äußerst die Vorsicht. Habe ich mich gerade erschrocken. Blöder Sack. Habe ich mich gerade erschrocken. So, noch zwei. Okay. So. Hm. Versuch's nur. Waren das alle? Gut. Boah, das war knapp. Wir sind fast tot. Na, Ellie ist die Beste. Sie regelt alles. Alles wird Joel. So knapp. Und das ist jetzt auf. Schön. Hm. Schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Eine Flasche. Etwas zu essen. Gut. Gut, gut. Hm. Okay. Hier ist nix. Da ist was. Schön. Haben wir. Können wir herstellen. Gut. Gib mal her. Schön. So. Okay. Hm. Hm. Du, 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 du. Du, 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 du. Hm. Ziegelstein. Haben wir. Okay. Wieder ein Lappen. Schön. Für den Oberlappen. So. Du, 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 du. Hier ist nix mehr. Okay. Und hier war dann alles. Alles vorbei. Oder? Haben wir hier schon? Äh. Was? Was Neues? Schön. So. Okay. Das ist jetzt auch raus. Okay. Interessant. Da sind die hochgekrabbelt. Okay. Ja, schön. Gehen wir. Ja. Shit. Shit. Die kommt da hin. Verdammt. Shit. Verdammt. Was denn Mist? Shit. So. Dann ist man weg. Du bist da. So, nimm das. Was? Was passiert, Tür? Ich seh nix. Okay. Keine Ahnung, was hier abgeht. Steh aber einfach. Okay. Shit, 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 shit. Wo ist der? Ja. Ja. Nein. So, Arschknapp. Verdammt. Hatte keine Munition. Blöder Brecksack. Na, warte. Steh ab. Blöder Pisser. Die anderen kommen gerade hier runter. Hier runter. Brenn schön. Verdammt. Ja genau, renn da rein. Lauf. Lauf. Shit. Nö, nö. Nirgends. So. What the fuck? Grafikfehler. Was war das denn? Wo ist denn hier einer? Okay. Ähm. Hm. Wo ist denn der Typ mit der Flinte? Mit dem Jagdgewehr? Wo ist denn der gestorben? Da. Hier ist niemand. Ein Schuss. Na toll. Okay. Das ist ja toll. Wo sind die anderen? Don. Ist ja hier niemanden. Wo sind die? Okay. Warum ist ja niemand? Sind wieder alle festgefroren? Hm. Okay. Oh, schön. Haben wir das übersehen? Hm. Okay. Wo sind die denn? Hä? Warum sehe ich hier niemanden? Was ist das denn? Hä? Okay. Sind die alle nach Hause gegangen? Oder sind die rausgeglitscht worden? Hätten? Hätte ich nicht nach oben gehen sollen? Ist das nicht im Spiel angebaut? Nach oben zu gehen? Wo sind alle hin? What the fuck? Hä? Hier ist niemand. Die sind alle weg. Hä? Wo sind die hin? What the fuck? Äh, okay. Hier ist niemand mehr. Toll, wir haben es geglitscht. Noch ein Bug entdeckt. Ja, toll. Schon zwei Bugs in diesem Spiel. Wow. Zwei Bugs. Ist ja toll. Deswegen, wenn wir nicht weiterspielen können. Da wurde ein bisschen gepfuscht. So, interessant. Ja, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Genau wie beim letzten Bug, den wir hatten. Als Ellie verschwunden ist. Hm. Toll, und was jetzt? Hui! Schade, kann ich runterspinnen. Wir wollen jetzt noch starten. Vor vier Minuten. Hm. Ja, was denn jetzt? Toll. Gut, müssen wir wohl tun. Neustarten. Aber was genau? Toll. Danke, Spiel. Danke für diesen Bug. So. Also toll. Das dürfen wir nicht zulassen. Nicht zulassen. So. Ja, mach du mal. Nimm das schnell mit. Das andere ist nicht mehr da. Okay. So. Hui. Schade, der lebt noch. So, nimm das. So. Schön. So. Okay. Hm. Ich gehe jetzt mal schön da hin. Du willst hier hochgehen? Okay. Mach du mal. Hm. Okay. Hier ist niemand. So. Schön. Ich muss sagen, der Bogen ist super. Hm. So. Okay. Drei Typen noch. Der eine ist da. So. Okay. Und diesmal dürfen wir nicht raufgehen. Toll. Okay. Shit. Shit. Hat nicht gereicht. War zu weit weg. So. Nee, mach's doch nicht. Okay. So. Noch einer weg. Nur noch du bist übrig. So. Naja. Ja, fast geschafft. Jetzt noch kurz den Rest einsammeln hier. Das nehme ich mit. So. Wieder alles einsammeln, was wir verloren haben. Alles wegen diesem Park. Und diesmal merken. Nicht nach oben gehen. Das verkraftet das Spiel nicht. Wurde nicht anberechnet. Warum auch immer. Hm. Okay. Das ist ja toll. Gut und schwach jetzt hier mal. Sicherheitshalber. So. Gut. Ach. Das ist ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Verdammte Dreckssäcke. Okay, am besten wir gehen auch direkt hier hin. In diesem Bereich. So. Können wir da was herstellen? Nö. Toll. Okay. Ja, okay. So, und hier. Die sind despawned. Ist doch toll. So. Okay. Ein paar Pfeile. Sieben Stück. Okay. So. Okay. Mal überlegen, was können wir tun. Also, soweit ich gesehen habe, sind drei oben. Und zwei kommen da lang. Glaube ich zumindest. Und einer hat eine Flinte. Der ist dann der gefährlichste. Und wir dürfen nicht nach oben. Weil es so ein Bug. Okay. Das heißt, wir müssen hier unten bleiben. Bitte. Hier unten bleiben. Und am besten gehen wir dann da hin. Da drüben. Denn da können die runterklettern und so weiter. Okay. Versuchen wir's. Ja, fickt ihr. Ja, fickt ihr. Machen wir's. So. Tja. Ist der einzige. Ah, der ist da. Okay. Hm. Der schaut da nach. Okay. Wir dürfen nicht nach oben gehen. Wir dürfen nicht nach oben gehen. Wer ist das? Shit. Wird's mir verarschen. So. Das ist nicht so toll. Musst du mich erwischen, du Sack. Blöder Arsch. Du kannst auch brennen hier. Nimm das. Okay. Kann das mal von da oben kommen. Hm. Okay. Schnell nachladen. Der mit der Flinte ist hier. Gut zu wissen. Wo zählst du denn hin? Was war das? Was? Was ist das denn? Fuck. Verdammter Flintenhaini. Mal da hinten. Toll. So. Selber. Stirb jetzt. Da kommt einer von hinten. Wie viele sind denn das wieder? Und es ist auch scheiße, dass ich nicht nach oben gehen kann. Ganz toll. Und die hat das gespeichert. Ernsthaft. Ich weiß aber was. Scheiß drauf. Ich gehe nach oben. Kannst mich mal. Scheiß Spiel. So. Boah. Jesus Christ. Pfff. Stirb. Hm. Benifiziert. Okay. Benifiziert der. Mach dir mal. Shit. Könnte die weglocken. Hm. So. Shit. Was können wir herstellen? Moment. Ah ne. Dann lieber das da. So. Lieber ein Molly. Okay. Wie sieht es aus? Sind nur die. Okay. Stirb. Okay. Pfff. Ah. 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 Schön. Ja. Zeig sie ihnen. Nelly. Mach sie alle platt. Das ist Arschgeigen. So. Äh. Das sind jetzt nicht die Handtos. Das sind die Arschgeigen Gang. So. Okay. Ah. Gut. Gott. Ich hoffe das war's. Was ist das jetzt? Hm. Hm. Ah toll. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh shit. Oh shit. Hm. Jetzt geht's los. Okay. Schnell. Der Arm hält nicht lange. Hulk Modus. Ah. Schnell. Hm. Okay. Shit. Da. Schnell. So. Ja hier. Schnell. Schnell. Wieder wegziehen. Oder weg hier. Okay. Ja gut. Schnell. Schnell. Okay. Oh no 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 no. Schnell. Wow. Ja ja. Ich bin noch da. Lauf, lauf, lauf. Schnell. Ducken. No. Ich werde dich jetzt gebissen. So nimm das. Shit. No. Hm. Oh man. Shit. Kann man nicht rumschauen. Verdammt. Schnell weiter. Verdammt. Die Zombies ruinieren alles. Die ruinieren alles. Wir hatten so ne schöne Zeit. Shit. Oh man, dich als Zombies. So. Toll. Okay. Okay. Ich beeile mich. So. Okay. So. Höhe. Höhe. Mach mal ruhig da hinten. Schnauze. Sei mal ruhig. Nooo. Shit. Ne, 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 ne. Verpiss dir. Höhe. Hm. Höhe. Höhe. Shit. So. Ich glaube, es ist klar. Elli. Elli, dein Arm. No, 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 no. Hm. Oh man. Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Ish. Just stay calm. Stay calm. There's some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two, we fight. Fight for what? What? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight. For every second we get to spend with each other. Whether it's two minutes. Or two days. We don't give that up. I don't wanna give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can... Be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. Sorry. Come on. Let's get out of here. Yes. Okay. Das war das DLC. Das war schön. Hm. Das war sehr schön. You're welcome. You're welcome. You're welcome. And the last one is a Spielberg. Thanks. To my, I'm sorry. I'm sorry. Musik 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 Das war das DLC, wie schon gesagt Schöne Credits und so Tja Gut das hätten wir Geh nicht Ja geh nicht, bleib da Bleib für immer hier Das wäre interessant Haben wir ein bisschen mehr erfahren Ein kleines bisschen Jetzt nicht allzu bewegendes Also Was grosses Was wir jetzt schon nicht wussten Irgendwie Ja geh nicht normal Tja Ok Ja gut Das war's das, das war's dann wohl Multiplayer bleibt noch übrig Aber das werde ich jetzt nicht spielen Ja ne Ist halt wieder PvP Und das Naja, bin kein Fan davon Ja gut Das war's äh, das war das DLC Zu The Last of Us und Damit ist auch The Last of Us vorbei Na schade Es war ein schönes Abenteuer Naja dann Bis zum nächsten Projekt Ciao Ciao